Geschichte der Molche Fußnote 1 Vergleich G. Kreuzmann, Geschichte der Molche Hans Tietze, der Molch des 20. Jahrhunderts Kurt Wolf, der Molch und das deutsche Volk Sir Herbert Owen, The Salamanders and the British Empire Giovanni Fucaia, L'Evolutione dei Amphibii durante il Fascismo Leon Bonet Le Urodiel e la Societe de Nacion Es Madariaga, Las Salamandras y la Civilización und viele andere In der Geschichtsepoche, die G. H. Bondi auf der denkwürdigen Generalversammlung der Pazifik-Exportgesellschaft mit seinen prophetischen Worten von einer beginnenden Utopie angekündigt hatte Fußnote 2 Vergleich der Krieg mit den Molchen 1. Buch, 12. Kapitel Vermögen wir die historischen Geschehnisse nicht mehr nach Jahrhunderten oder Jahrzehnten zu messen, wie man es in der bisherigen Weltgeschichte getan hat, sondern nach Vierteljahren, in denen die Quartalen Wirtschaftsstatistiken erscheinen. Fußnote 3 Als Beleg hierfür diene gleich der erste Ausschnitt der Sammlung des Herrn Povondra. Molchmarkt Nach dem letzten Bericht, den das Salamander-Syndikat zu Ende des Vierteljahres veröffentlicht hat, ist der Absatz an Molchen um 30 vom 100 gestiegen. In drei Monaten wurden fast 70 Millionen Molche namentlich nach Süd- und Mittelamerika, nach Indochina und italienisch-Somaliland geliefert. Für die nächste Zeit wird die Vertiefung und Verbreiterung des Panama-Kanals, die Reinigung des Hafens in Guayaquilo und die Abtragung einiger Sandbänke und Klippen in der Meerenge von Torres vorbereitet. Diese Arbeiten allein würden nach einer annähernden Schätzung eine Umgruppierung von 9 Milliarden Kubikmeter Festland bedeuten. Mit dem Bau von schweren Fluginseln auf der Linie Madeira-Bermuda soll im nächsten Frühjahr begonnen werden. Die Verschüttung der Marianen-Inseln im japanischen Mandat schreitet vorwärts. Bisher wurden 840.000 Akers neues, sogenanntes leichtes Festland zwischen den Inseln Tinianen und Saipanen gewonnen. Mit Rücksicht auf die steigende Nachfrage sind die Molche im Preis sehr fest und notieren Leading 61, Team 620 Vorräte ausreichend. In dieser Zeit entwickelt sich nämlich die Fabrikation der Geschichte, wenn wir so sagen dürfen, im Großen. Darum beschleunigt sich ihr Tempo ganz ungewöhnlich. Nach einer gewissen Schätzung etwa um das Fünffache. Wir können heute einfach nicht mehr einige hundert Jahre warten, bis mit der Welt etwas Gutes oder Schlimmes geschieht. So ließe sich zum Beispiel die Völkerwanderung, die sich einst über mehrere Menschenalter erstreckt hat, bei der heutigen Transportorganisation alles in allem in drei Jahren bewerkstelligen. Sonst könnte man nichts daran verdienen. Ähnlich steht es mit der Liquidation des Römischen Reiches, mit der Kolonisierung der Kontinente, der Ausrottung der Indianer und so weiter. Das alles ließe sich heute unvergleichlich rascher durchführen, wenn es kapitalskräftigen Unternehmen anvertraut würde. In dieser Hinsicht weist der Riesenerfolg des Molch-Syndikats und sein mächtiger Einfluss auf die Weltgeschichte der kommenden Zeit zweifelsohne einen Weg. Die Geschichte der Molche zeichnete sich also von Anbeginn dadurch aus, dass sie gut und rationell organisiert war. Das erste, aber keinesfalls einzige Verdienst gebührte dem Molch-Syndikat. Es sei anerkannt, dass auch Wissenschaft, Philanthropie, Aufklärung, Presse und andere Faktoren keinen geringen Anteil an der unerhörten Verbreitung und dem Fortschritt der Molche hatten. Trotzdem war es das Molch-Syndikat, das sozusagen Tag für Tag neue Kontinente und Küsten für die Salamander gewann, wenn auch viele Hindernisse überwunden werden mussten, welche diese Expansion hemmten. Fußnote 4 Von solchen Hindernissen zeugt zum Beispiel die folgende Nachricht, die aus einer Zeitung ohne Datum stammt. England verschließt sich den Molchen? Reuter Auf Anfrage des Unterhausmitglieds Mr. J. Leeds antwortete heute Sir Samuel Mondeville, dass die Regierung seiner Majestät den Suezkanal für sämtliche Molchtransporte gesperrt habe, dass sie darüber hinaus nicht gewillt sei zuzulassen, dass auch nur ein einziger Molch an den Küsten oder in den Hoheitsgewässern der britischen Inseln beschäftigt werde. Die Veranlassung zu diesen Maßnahmen, so erklärte Sir Samuel, sei einerseits die Sicherheit der britischen Küsten, andererseits die Gültigkeit alter Gesetze und Verträge zwecks Unterdrückung des Sklavenhandels. Auf einer Anfrage des Parlamentsmitglieds Mr. B. Russell teilte Sir Samuel mit, dass sich dieser Standpunkt natürlich nicht auf die britischen Dominions und Kolonien beziehe. Die Vierteljahresberichte des Syndikats zeigen, wie die indischen und chinesischen Häfen nach und nach von Molchen besiedelt wurden, wie die Molchkolonisation die Küsten Afrikas überschwemmte und auf den amerikanischen Kontinent übersprang, wo bald neue, modernste Molchbrutstätten im Golf von Mexiko entstanden, wie neben diesen breiten Kolonisationswellen kleinere Molchgruppen als Pioniervorhut des künftigen Exports ausgesandt wurden. So hatte zum Beispiel das Molchsyndikat dem holländischen Waterstart tausend erstklassige Molche zum Geschenk gemacht. Der Stadt Marseille widmete es 600 Salamander zur Reinigung des alten Hafens und so fort. Zum Unterschied von der menschlichen Besiedlung der Welt geschah die Ausbreitung der Molche planmäßig und großzügig. Hätte man sie der Natur überlassen, würde sie sich gewiss Jahrhunderte und Jahrtausende lang hingezogen haben. Die Natur ist eben nicht und war nie so unternehmend und zweckmäßig gewesen wie die menschliche Produktion und der Handel. Die rege Nachfrage schien auch auf die Fruchtbarkeit der Molche Einfluss zu haben. Der Ertrag an Laich von einem Weibchen stieg bis auf 150 Kaulquappen jährlich. Gewisse regelmäßige Verluste, welche die Haifische den Molchen beibrachten, hatten fast ganz aufgehört, seit die Molche mit Unterwasserpistolen und Dummdummgeschossen zur Verteidigung gegen die Raubfische ausgerüstet worden waren. Die Verbreitung der Molche ging nicht überall in gleichglatter Weise vonstatten. Mancherorts verwahrten sich konservative Kreise scharf gegen diese Einführung neuer Arbeitskräfte, indem sie darin einen unlauteren Wettbewerb mit der Menschenarbeit erblickten. Fußnote 5 Vergleich die Zeitungsmeldung Streikbewegung in Australien Havas Der Führer der australischen Trade Unions, Harry McNamara, verkündet den Generalstreik aller Hafen, Transport, Elektrizitätswerk und anderer Arbeiter. Die Gewerkschaftsorganisationen verlangen nämlich, dass die Einfuhr der Arbeitsmolche streng nach den Einwanderergesetzen kontingentiert werde. Dagegen strengen die australischen Farmer eine freie Einfuhr der Molche an, da durch deren Fütterung eine bedeutende Steigerung des Absatzes an heimischem Mais und an Tierfetten, namentlich Schaftalk, zu verzeichnen ist. Die Regierung bemüht sich um einen Kompromiss. Das Molch-Syndikat bietet den Trade Unions einen Beitrag von 6 Schillingen für jeden eingeführten Molch an. Die Regierung ist bereit zu garantieren, dass die Molche nur im Wasser beschäftigt werden und, aus Südlichkeitsgründen, nicht mehr als bis zu 40 cm, das ist bis zur Brost, aus dem Wasser auftauchen dürfen. Die Trade Unions bestehen jedoch auf 12 cm und verlangen für jeden Molch eine Gebühr von 10 Schillingen, nebst der Registrationstaxe. Voraussichtlich kommt es zur Einigung unter Zuschuss aus der Staatskasse. Andere äußerten Befürchtungen, dass die Molche, die sich von kleinem Meergetier nähren, den Fischfang gefährden könnten. Wieder andere behaupteten, die Molche unterhüllten mit ihren unterirdischen Kavernen und Gängen die Küsten und Inseln. Doch so ist es seit jeher, dass jede Neuheit und jeder Fortschritt auf Abwehr und Misstrauen stoßen. So war es auch bei den Fabrikmaschinen und nun wiederholte es sich auch mit den Molchen. An anderen Orten entstanden wieder Missverständnisse anderer Art. Fußnote 6 Vergleiche das bemerkenswerte Dokument aus der Sammlung des Herrn Powondra Molche retten 36 Ertrinkende Von unserem Sonderberichterstatter Madras 3. April Im hiesigen Hafen stieß der Dampfer Indian Star mit einem Boot zusammen, das 40 Eingeborene übersetzte. Das Boot begann sofort zu sinken. Noch ehe die Polizeibarkasse entsandt werden konnte, eilten die mit Abräumen von Schlamm beschäftigten Molche aus dem Hafen zu Hilfe und brachten 36 Ertrinkende ans Ufer. Einer der Salamander hat allein drei Frauen und zwei Kinder aus dem Wasser gezogen. In Anerkennung dieser mutigen Tat erhielten die Molche ein Dankschreiben der Ortsbehörden in wasserdichtem Futteral. Dagegen ist die eingeborene Bevölkerung aufs Äußerste empört, dass den Molchen erlaubt wurde, die Ertrinkenden der höheren Kasten zu berühren. Sie betrachtet nämlich die Molche als unrein. Im Hafen rotteten sich mehrere tausend Eingeborene zusammen, die forderten, dass die Molche aus dem Hafen ausgewiesen werden. Die Polizei hält jedoch die Ordnung aufrecht. Es gab bloß drei Tote und 120 Verhaftete. Gegen 10 Uhr abends war die Ruhe wiederhergestellt. Die Salamander arbeiten weiter. Aber dank der ausgiebigen Hilfe der Weltpresse, welche sowohl die ungeheuren Möglichkeiten des Molchhandels als auch die damit verbundene einträgliche und großzügige Insertion richtig einzuschätzen wusste, wurde die Ansiedlung der Salamander in allen Teilen der Welt meist mit lebhafter Teilnahme, ja sogar mit Begeisterung begrüßt. Fußnote 7 Vergleich nachstehenden hochinteressanten Ausschnitt, leider in einer unbekannten Sprache und daher unübersetzbar. Saat nachschrie te Salamander pftat. Saat nachschrie te Salamander pftat. Saat kvantlapne salamander ptati okceni pshinesampwanam bengwe ugandisüchna nomoi obwanasalam andatsri moana gvens. Ok di limf, ok di ptat na salamander pshib ve ugandip ve ugandip ve ugwandi te ur maswali such. Na ne ur linggo tislami kscher ugandasalam andreas sahti. Bent ob tonga echdi simpwanam eht salam. Der Molchhandel lag in den Händen des Molchsyndikats, das ihn mit eigenen, für diesen Zweck besonders konstruierten Tanks betrieb. Der Mittelpunkt des Geschäfts und eine Art Molchbörse war das Salamander-Building in Singapure. Vergleich die ausführliche und objektive Schilderung signiert mit e.w. vom 5. Oktober. Einen solchen Bericht kann der Zeitungsleser täglich in der Wirtschaftsrubrik seines Blattes unter den Telegrammen über Baumwoll, Zinn oder Weizenpreise lesen. Wissen Sie aber schon, was diese geheimnisvollen Ziffern und Wörter bedeuten? Nun ja, Molchhandel oder S-Trade. Aber wie dieser Handel wirklich aussieht, darüber hat die Mehrzahl der Leser eine weniger klare Vorstellung. Vielleicht stellen Sie sich große Markthallen vor, in denen es von tausenden von Molchen wimmelt, wo Käufer in Tropenhelmen und Turbanen umher spazieren, die angebotene Ware besichtigen und schließlich mit dem Finger auf einen gut entwickelten, gesunden, jungen Salamander weisen. Verkaufen Sie mir dieses Stück, was kostet es? In Wirklichkeit sieht der Molchmarkt ganz anders aus. Im Singapurer Marmorpalast S-Trade bekommt man nicht einen einzigen Molch zu Gesicht, sondern nur flinke und elegante Beamte in weißen Anzügen, die telefonisch Aufträge entgegennehmen. Ja, Herr. Leading kostet 63. Wie viel? 200 Stück? Ja, Herr. 20 Heavy und 180 Team? Okay, ich verstehe. Das Schiff geht in 5 Wochen ab, right? Thank you, Sir. Der ganze S-Trade-Palast Widerhalt von Telefongesprächen. Man hat eher den Eindruck eines Amtes oder einer Bank als den eines Marktes. Und doch ist dieses edle, weiße Gebäude mit dem ionischen Säulenwerk der Vorderfront ein noch größerer Weltmarkt als der Bazar von Bagdad unter Harun al-Raschid. Doch kehren wir zu dem zitierten Marktbericht mit seiner ihm eigentümlichen Handelssprache zurück. Leading sind einfach besonders ausgewählte, intelligente, meist dreijährige Molche, die sorgfältig zu Aufsehern und Leitern der Molcharbeitskolonnen abgerichtet wurden. Sie werden stückweise ohne Rücksicht auf das Körpergewicht verkauft, bloß ihre Intelligenz wird bewertet. Die Singapura Leadings, die ein gutes Englisch sprechen, gelten als erstklassig und am verlässlichsten. Es werden vereinzelt auch andere Marken von Leitmolchen angeboten, wie die sogenannten Capitanos, Ingenieure, Malayan Chiefs, Foremaners und so weiter. Doch die Leadings sind die höchst bewerteten. Heute bewegt sich ihr Preis um 60 Dollar das Stück. Heavy sind schwerere, athletische und zumeist zweijährige Molche, deren Gewicht zwischen 100 und 120 Pfund schwankt. Sie werden nur partieweise, in sogenannten Bodies, zu je sechs Stück verkauft. Sie sind für die schwersten Arbeiten abgerichtet, wie Felsenbrechen, Fortschaffen großer Steine und ähnliches. Steht in dem angeführten Bericht Heavy 317, so bedeutet das, dass für eine sechsköpfige Partie, in Klammern Body, schwerer Molche 317 Dollar gezahlt werden. Auf jede Partie solcher schweren rechnet man in der Regel einen Leading als Führer oder Aufseher. Team sind gewöhnliche Arbeitsmolche im Gewicht von 80 bis 100 Pfund, die nur in Arbeitsgruppen, in Klammern Teams, zu 20 Stück abgegeben werden. Sie sind für die Massenarbeit bestimmt und werden mit Vorliebe bei Baggerarbeiten, beim Bau von Erdwellen, Dämmen und ähnlichem verwendet. Auf jedes zwanzigköpfige Team kommt ein Leading. Ortjobs stellen eine Klasse für sich dar. Es sind Molche, denen aus verschiedenen Gründen keine massenweise und spezialisierte Schulung zuteil wurde, zum Beispiel weil sie außerhalb der großen, fachmännisch geleiteten Molchfarm aufgewachsen sind. Eigentlich sind es halb wilde, oft jedoch sehr begabte Molche. Sie werden Stück- oder Dutzendweise gehandelt und für verschiedene Hilfsarbeiten oder kleinere Verrichtungen verwendet, bei denen es sich nicht lohnt, ganze Molchpartien oder Gruppen zu kommandieren. Wenn wir die Leading als die Elite unter den Molchen bezeichnen können, dann stellen die Ortjobs etwas wie Coolies dar. In letzter Zeit werden sie auch mit Vorliebe als Molchrohstoff gekauft, der dann von den einzelnen Unternehmern weitergezüchtet und in Leading, Schwere, Team oder Trash eingeteilt wird. Trash oder Ausschuss sind minderwertige, schwache, mit Körperfehlern behaftete Molche, die weder einzeln noch partieweise verkauft werden, sondern in Massen auf Gewicht. Das Kilo lebend Gewicht kostet heute 7 bis 10 Cent. Es ist eigentlich nicht bekannt, wozu sie dienen und zu welchem Zweck sie gekauft werden. Vielleicht für leichtere Arbeiten im Wasser. Damit kein Missverständnis entstehe, erinnern wir daran, dass Molche für Menschen ungenießbar sind. Dieser Trash wird fast völlig von chinesischen Händlern aufgekauft. Wohin sie ihn liefern, steht nicht fest. Spawn sind einfach Molchlaich, genauer gesagt Quappen bis zu einem Jahr. Sie werden zu Hunderten verkauft und gekauft und erfreuen sich eines ausgezeichneten Absatzes, vor allem deshalb, weil sie nicht teuer sind und ihr Transport am billigsten kommt. Erst im Lieferort werden sie weitergezüchtet, bis sie arbeitsfähig sind. Spawn wird in Fässern transportiert, denn die Quappen verlassen nicht das Wasser, wie es die erwachsenen Molche täglich tun. Oft geschieht es, dass dem Spawn ungewöhnlich begabte Einzeltiere erwachsen, die selbst den standardisierten Leading-Typ überragen. Damit gewinnt der Laichhandel an besonderem Interesse. Hochbegabte Molche werden so dann für viele hunderte Dollar das Stück verkauft. Der amerikanische Millionär Danica hat sogar 2000 Dollar für einen Molch bezahlt, der fließend neuen Sprachen spricht. Er ließ ihn in einem Sonderschiff nach Miami befördern. Der Transport allein hat fast 20.000 Dollar gekostet. In letzter Zeit wird Molchlaich besonders für die sogenannten Molchstelle gekauft, wo rasche Sportmolche ausgewählt und trainiert werden. Sie werden dann zu dritt vor muschelförmige flache Boote gespannt. Wettrennen mit Molch bespannten Muscheln sind jetzt sehr in Mode und das beliebteste Vergnügen der jungen Amerikanerinnen auf Palm Beach in Honolulu oder auf Kuba. Man nennt sie Triton Races oder Venus Regatten. In der leichten, geschmückten Muschel, die über die Wasserfläche dahin gleitet, steht die Wettfahrerin in einem ganz kurzen und entzückenden Badeanzug und hält die seidenen Zügel des Molchdreiergespannes in den Händen. Man wetteifert einfach um den Titel Venus. Mr. J.S. Tinker, der besagte Konservenkönig, hat seinem Töchterchen ein Dreigespann von Rennmolchen, Poseidon, Hengist und King Edward, für nicht weniger als 36.000 Dollar gekauft. Aber das alles liegt schon außerhalb des Rahmens des Estrade, der sich darauf beschränkt, der ganzen Welt solide Arbeits-Leadings, Heavies und Teams zu liefern. Wir haben bereits die Molchfarmen erwähnt. Der Leser möge sich darunter nicht etwa riesige Zuchtställe und Einhegungen vorstellen. Es ist nichts als ein mehrere Kilometer kahles Hufer, auf dem kleine Häuschen aus Wellblech verstreut liegen. Eines für den Tierarzt, das andere für den Direktor und die übrigen für das Aufsichtspersonal. Erst bei Ebbe sieht man vom Ufer aus lange Dämme ins Meer hinauslaufen, welche den Küstenteil in mehrere Becken teilen. Das eine dient für den Laich, das zweite für die Klasse der Leadings und so weiter. Jede Art wird abgegrenzt gefüttert und dressiert. Mit Beginn der Dämmerung kommen die Molche aus ihren Uferlöchern heraus und scharen sich um ihre Lehrer. Meist sind es ausgediente Soldaten. Zuerst ist Redestunde. Der Lehrer sagt den Molchen Wörter vor, zum Beispiel Graben, und erläutert ihnen anschaulich deren Sinn. Hierauf stellt er sie in vierer Reihen auf und lehrt sie Marschieren. Dem schließen sich eine halbe Stunde Turmübungen und Rast im Wasser an. Nach der Rast wird gezeigt, wie man mit den verschiedenen Werkzeugen und Waffen umgeht, worauf eine Dreiviertelstunde lang praktische Arbeiten im Wasserbauwesen unter Aufsicht der Lehrer vorgenommen werden. Die Molche kehren so dann wieder ins Wasser zurück und werden mit Molchzwieback gefüttert, der hauptsächlich aus Maismehl und Talg besteht. Die Lidingen und schwereren Molche erhalten eine Fleischzulage. Faulheit und Ungehorsam werden mit Nahrungsanzug bestraft, andere Körperstrafen gibt es nicht. Übrigens ist die Empfindlichkeit der Salamander gegen Schmerz unbedeutend. Mit Sonnenuntergang tritt auf den Molchfarmen vollkommene Ruhe ein, die Menschen gehen schlafen und die Molche verschwinden unter der Meeresoberfläche. Dieser Lauf der Dinge wird jährlich nur zweimal geändert. Einmal in der Zeit der Paarung, in der die Molche 14 Tage sich selbst überlassen werden und das zweite Mal, wenn das Tankschiff des Molchsyndikats bei der Farm anlegt und dem Direktor der Farm die Aufträge bringt, wie viel von jeder Molchklasse abzuführen sind. Die Musterungen werden bei Nacht vorgenommen. Nun, der Schiffsoffizier, der Direktor der Farm und der Tierarzt sitzen hinter dem durch eine Lampe beleuchteten Tisch, während die Aufseher und die Schiffsbesatzung den Salamandern den Weg zum Meere verlegen. Hierauf treten die Molche einer nach dem anderen an den Tisch heran und werden für tauglich erklärt oder nicht. Die ausgemusterten Molche besteigen so dann die Boote, die sie zum Tankschiff bringen. Meist tun sie es freiwillig, nämlich auf einen bloßen scharfen Befehl hin, nur manchmal ist mäßige Gewaltanwendung wie Fesseln nötig. Der Spawn oder Laich wird natürlich mit Netzen herausgefischt. Ebenso human und hygienisch geht der Transport der Molche über den Tankschiffen vor sich. Jeden zweiten Tag wird mittels Pumpen das Wasser in den Behältern gewechselt und den Molchen Futter vorgeworfen. Die Sterblichkeit während des Transportes erreicht kaum zehn vom Hundert. Auf Wunsch des Tierschutzvereins ist auf jedem Tankschiff ein Schiffskaplan anwesend, der über die menschliche Behandlung der Salamander wacht und allnächtlich zu ihnen predigt, wobei er ihnen vor allem Ehrfurcht vor den Menschen und dankbaren Gehorsam und Liebe zu den künftigen Arbeitgebern ans Herz legt, die nichts anderes wollen als väterlich um das Wohlergehen der Molche zu sorgen. Es ist gewiss recht schwer, den Molchen diese väterliche Fürsorge zu veranschaulichen, denn der Begriff Väterlichkeit ist den Molchen fremd. Unter den gebildeteren Salamandern hat sich für die Schiffskaplane die Bezeichnung Molchpapa eingebürgert. Besonders bewährt haben sich auch erzieherische Filme, die den Molchen während der Fahrt einerseits die Wunder der menschlichen Technik, andererseits ihre künftigen Arbeiten und Pflichten vor Augen führen. Es gibt Leute, welche die Abkürzung Ass Trade, in Klammern Salamander Trade, mit Slave Trade oder Sklavenhandel übersetzen. Nun, als unparteiische Beobachter können wir sagen, wenn der einstige Sklavenhandel so gut organisiert gewesen und so hygienisch einwandfrei durchgeführt worden wäre, dann hätte man den Sklaven nur gratulieren können. Besonders mit den teureren Salamandern geht man wirklich sehr anständig und rücksichtsvoll um, schon deshalb, weil der Kapitän und die Besatzung mit ihren Gagen und Löhnen für das Leben der ihnen anvertrauten Molche bürgen. Der Verfasser dieses Berichtes war Zeuge, welche Rührung selbst die abgehärtetsten Seeleute an den Tag legten, als in einem Behälter 42 Prima Molche an schwerem Durchfall erkrankten. Fast mit Tränen in den Augen traten sie an den Behälter heran und machten ihren menschlichen Gefühlen mit den rauen Worten Luft. Diese Biester hat uns der Teufel beschert. Bei dem wachsenden Umsatz im Molchexport entstand natürlich auch ein wilder Handel. Das Molch-Syndikat konnte nicht alle Molchbrotstätten, die der selige Kapitän van Thoog namentlich auf den kleinen und abgelegenen Inseln Mikronesiens, Melanesiens und Polynesiens angelegt hatte, kontrollieren und verwalten, sodass viele Molchbuchten sich selbst überlassen blieben. Demzufolge entwickelten sich neben der rationellen Molchzucht auch in bedeutenden Ausmaßen eine Jagd auf wilde Molche, die in mancher Hinsicht an die ehemaligen Feldzüge gegen Seehunde gemahnte. Es war eine einigermaßen ungesetzliche Jagd, aber da es kein Gesetz zum Schutze der Molche gab, wurde sie höchstens als unberechtigtes Vordringen auf den Boden dieser oder jener staatlichen Oberhoheit geahndet. Da sich die Molche auf diesen Inseln unheimlich vermehrten und da und dort den Eingeborenen gewisse Schäden auf den Feldern und in den Gärten verursachten, wurden die wilden Jagdzüge gegen die Molche als natürliche Regelung der Molchvermehrung betrachtet. Wir führen eine zuverlässige, zeitgemäße Schilderung an. Die Bukania des 20. Jahrhunderts Es war elf Uhr abends, als der Kapitän unseres Schiffes befahl, die Flagge der Staatszugehörigkeit einzuziehen und die Boote hinabzulassen. Die Nacht war mondhell, alles lag wie hinter einem leichten Silberschleier. Die kleine Insel, die wir anruderten, war, glaube ich, Gardner Island von der Phönixinselgruppe. In solchen Mondnächten steigen die Molcher ans Ufer und tanzen. Man kann sich ihnen nähern, ohne dass sie einen hören, so sehr sind sie in ihren stummen Massentanz versunken. Wir waren zwanzig, die mit den Rudern in den Händen ans Ufer stiegen und, im Halbkreis ausschwärmend, den dunklen, auf dem Strand im milchigen Mondlicht wimmelnden Haufen umzingelten. Es ist schwer zu beschreiben, welchen Eindruck der Molchtanz hervorruft. Etwa 300 Tiere sitzen auf den Hinterbeinen in einem absolut genauen Kreis, mit der Stirn zur Mitte, das Innere des Kreises bleibt leer. Die Molche sind wie erstarrt. Es sieht aus wie eine kreisförmige Palisade um irgendeinen geheimnisvollen Altar, doch gibt es hier weder einen Altar noch einen Gott. Plötzlich schmatzt eines der Tiere sein Zzzz und beginnt mit dem oberen Körperteil zu kreisen. Diese wiegende Bewegung springt von einem Molch auf den anderen über und einige Sekunden später kreisen alle Molche mit der oberen Körperhälfte, ohne sich von der Stelle zu rühren, immer schneller und schneller, lautlos, immer fanatischer, in einem wütenden und berauschenden Wirbel. Nach einer Viertelstunde etwa erlarmt ein Molch, ein zweiter, ein dritter wiegt sich kraftlos und erstarrt. Wieder sitzen alle reglos wie Statuen. Nach einer Weile ertönt anderswo ein stilles Zzzz. Ein Molch beginnt sich zu bewegen und sein Tanz springt mit einem Schlager auf den ganzen Kreis über. Ich weiß, dass diese Beschreibung sehr mechanisch anmutet, aber denkt euch das kreidige Licht des Mondes und das regelmäßige anhaltende Rauschen der Brandung hinzu. Es hat etwas unendlich Magisches und Verzaubertes an sich. Ich blieb mit zugeschnürter Kehle in einer unwillkürlichen Regung von Entsetzen und Staunen wie angewurzelt stehen. »Mensch, mach, dass du weiterkommst«, schrie mich der Mann neben mir an, »sonst stehst du noch ein Loch in den Sand.« Wir verengten unseren Kreis um den der tanzenden Tiere. Die Männer hielten die Ruder quer und redeten halblaut, eher weil es Nacht war, als aus Furcht die Molche könnten sie hören. »In die Mitte, Laufschritt«, rief der kommandierende Offizier. Wir liefen auf den wirbelnden Kreis zu. Die Ruder klatschten dumpf auf die Rücken der Molche nieder. Erst jetzt erschraken diese, wichen zur Seite zurück oder wollten zwischen den Rudern hindurch zum Meer entkommen. Wir aber traktierten sie mit Hieben und warfen sie zurück, dass sie sich vor Schmerz und Angst krümmten. Wir stießen sie mit den Ruderstangen zur Mitte, wo sie gedrängt, gepfercht, in mehreren Lagen übereinander krochen. Zehn Mann hielten sie in der Umfriedung der Ruder umklammert, und die anderen zehn stießen und hieben mit den Rudern nach jenen, die versuchten, unten durchzukriechen oder zu entfliehen. Es war ein einziger Kneue schwarzen, sich windenden, verwirrt quäkenden Fleisches, auf das die dumpfen Schläge niederprasselten. Hierauf öffnete sich ein Spalt zwischen zwei Rudern, ein Molch glitt heraus und wurde durch einen Hieb auf den Hinterkopf betäubt. Nach ihm ein zweiter, ein dritter, bis etwa zwanzig da lagen. Schließen, befahl der Offizier, und der Zwischenraum zwischen den Rudern schloss sich. Bully Beach und der Mischling Dingo packten mit jeder Hand ein Bein eines betäubten Molches und schleiften sie wie leblose Säcke durch den Sand zu den Booten. Manchmal verfing sich der geschleppte Körper zwischen den Steinen, da riss der Matrose heftig und zornig daran, so dass er das Bein abriss. Das macht nichts, brummte der alte Maik, der neben mir stand. Das wächst ihm wieder nach. Nachdem die betäubten Molche in die Boote geworfen worden waren, befahl der Offizier trocken, weitere vorbereiten. Und wieder sauste der Prügel auf die Hinterköpfe der Molche nieder. Der Offizier, Bellamy mit Namen, war ein gebildeter und stiller Mensch, ein ausgezeichneter Schachspieler. Aber das war eben Jagd oder eher noch Geschäft, da galten keine Umstände. Auf diese Weise wurden über 200 betäubte Molche erbeutet. Etwa 70, die offenbar tot waren und deren Abtransport sich nicht lohnte, blieben liegen. Auf dem Schiff wurden die gefangenen Molche in Behälter geworfen. Unser Schiff war ein altes Tankship zur Beförderung von Nafta. Die schlecht gereinigten Tanks stanken nach Petroleum und das Wasser darin war mit einer fetten und regenbogenfarbenen Schicht überzogen. Nur die Überdachung war entfernt worden, damit Luft herankonnte. Als die Molche hineingeworfen wurden, sah es dick und widerlich aus, wie eine Art Nudelsuppe. Da und dort bewegte es sich schwach und kläglich, aber tagsüber ließ man es in Ruhe, damit die Molche zu sich kommen konnten. Am nächsten Tag kamen vier Männer mit langen Stangen und stocherten damit in der Suppe herum. Der Fachausdruck dafür lautete auch wirklich Soup. Sie rührten die dichten Leiber um und beobachteten, welche von ihnen sich nicht rührten und von welchen das Fleisch abfiel. Die wurden dann auf lange Haken gespießt und aus dem Behälter herausgezogen. »Ist die Suppe rein?«, fragte dann der Kapitän. »Ja, Herr.« »Gießt etwas Wasser zu?« »Ja, Herr.« Diese Reinigung der Suppe musste täglich vorgenommen werden. Jedes Mal wurden dabei sechs bis acht Stück verdorbene Ware, wie man es nannte, ins Meer geworfen. Unserem Schiff folgte treu eine Kavalkade großer und kleiner, vollgefressener Haie. Bei den Behältern stank es fürchterlich. Trotz des häufigen Wechsels war das Wasser in den Behältern gelb und mit Unrat und aufgeweichtem Zwieback besät. Darin planschten matt oder lagen reglos die schwarzen, schwer atmenden Körper. »Hier haben sie's gut«, behauptete der alte Maik. »Ich habe ein Schiff gekannt, wo man sie in alten Benzolblechfässern verstaute. Dort ist alles krepiert.« Sechs Tage später nahmen wir auf der Insel Nanomea neue Ware auf. Also so sieht der Molchhandel aus, allerdings der illegale Handel, genauer ausgedrückt, das moderne Piratentum, das nahezu über Nacht zur Blüte gelangt ist. Es wird behauptet, dass fast ein Viertel aller verkauften und gekauften Molche auf diese Weise gefangen wurde. Es gibt Molchbrotstätten, wo ständige Farmen zu unterhalten für das Molchsyndikat sich nicht lohnt. Auf den kleineren Inseln des stillen Ozeans haben sich die Molche derart vermehrt, dass sie fast eine Plage geworden sind. Die Eingeborenen mögen sie nicht und behaupten, dass sie ganze Inseln mit ihren Löchern und Gängen unterminieren. Darum drücken sowohl die Kolonialbehörden wie auch das Molchsyndikat selbst ein Auge zu, wenn es sich um räuberische Überfälle auf Molchbehausungen handelt. Man rechnet mit 400 Piratenschiffen, die sich mit Molchraub befassen. Neben kleineren Unternehmern wird dieses moderne Bukaniatum von ganzen Schiffsgesellschaften betrieben, deren größter die Pacific Trade Comp mit dem Sitz in Dublin ist. Ihr Präsident ist der angesehene Herr Charles B. Harriman. Vor einem Jahr waren die Verhältnisse noch ein wenig schlimmer gewesen. Damals überfiel der chinesische Bandit Tang mit drei Schiffen selbst die Farmen des Syndikats und zögerte nicht einmal, deren Personal niederzumetzeln, als es ihm Widerstand zu leisten versuchte. Vergangenen November wurde genannter Tang mit seiner Flottille von dem amerikanischen Kanonenboot Minnetonka bei Midway Island in Grund und Boden versenkt. Seither hat das Molchpiratentum mildere Formen angenommen und erfreut sich eines ständigen Aufschwungs, nachdem gewisse Modalitäten vereinbart worden sind, unter denen es schweigend geduldet wird. So muss zum Beispiel beim Überfall auf eine fremde Küste die Marineflagge des Heimatstaates vom Mast niedergeholt werden. Dasgleichen ist verboten, unter dem Vorwand von Piratentum ein oder Ausfuhr anderer Ware zu betreiben und die geraubten Molche zu Dumpingpreisen zu verkaufen. Im Handel sind sie als zweite Qualität zu kennzeichnen. Die Molche kosten im illegalen Handel 20 bis 22 Dollar das Stück. Sie werden zwar als minderwertige, aber zähe Art betrachtet schon mit Rücksicht darauf, dass sie die furchtbare Behandlung auf den Piratenschiffen überlebt haben. Laut Schätzung überdauern einen solchen Transport durchschnittlich 25 bis 30 vom 100 der gefangenen Molche, die aber halten dann schon etwas aus. In der Geschäftssprache nennt man sie Macaroni und in letzter Zeit notieren sie auch in den regelmäßigen Markt berichten. Zwei Monate später spielte ich mit Herrn Bellamy in der Halle des Hotels France in Saigon Schach. Da war ich natürlich nicht mehr der angeheuerte Matrose. Sehen Sie mal, Bellamy, sagte ich zu ihm, Sie sind doch ein einständiger Mensch und sozusagen ein Gentleman. Geht Ihnen das nicht wieder, den Strich einer Sache zu dienen, die im Grunde allererbärmlichste Sklaverei ist? Bellamy zuckte mit den Schultern. »Molche sind Molche«, brummte er ausweichend. »Vor 200 Jahren hat man gesagt, Neger sind Neger.« »Und war es vielleicht nicht so?« sagte Bellamy. »Schach!« Diese Partie verspielte ich. Mir fiel plötzlich ein, dass jeder Zug auf dem Schachbrett alt und bereits von irgendwem gespielt worden ist. Vielleicht ist doch unsere Geschichte schon gespielt worden und wir ziehen unsere Figuren mit den gleichen Zügen, den gleichen Niederlagen entgegen wie einst. Vielleicht hat gerade so ein anständiger und stiller Bellamy einst Neger an der Elfenbeinküste gejagt und sie nach Haiti oder nach Louisiana verschifft, während er sie im Zwischendeck krepieren ließ. Er hatte sich damals nichts Arges dabei gedacht, dieser Bellamy. Bellamy hatte nie etwas Arges gedacht. Darum ist er unverbesserlich. »Schwarz hat verspielt«, sagte Bellamy zufrieden, erhob sich und regelte sich faul.